. Gib die Pfeifen her. Bitte? Gib die Pfeife her. Was für eine Pfeife? Gib sie her. Was für eine Pfeife? Gib sie her, der schlägt den Tod. Aber ich habe keine Pfeife. Mist! Oh Gott, ich bin Georg. Was machst du denn? Was hat er denn getan? Ich habe ein zweitfach das jetzt dem letzten Mal. Gib sie her. Aber ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Vater. Was ist denn los? Worum geht es denn hier? Du weißt es ganz genau. Aber Georg, wenn er es doch sagt. Was ist denn? Georg, jetzt warte doch. Was hat der Junge nicht verbrochen, Georg? Bitte jetzt beruhige dich. Wenn du mir sagst, worum es geht. Misch dich nicht rein. Lass mich in Ruhe. Ich muss einmal rüber zum Baron. Geh auf! Geh auf! Lass! Geh auf! Geh auf!